Aufgepasst! Am 5. Juni 2021 findet mitten in der Covid-19-Pandemie der Coburger Konvent in Hannover statt. Dieses Jahr ist es um das größte Treffen der Studentenverbindungen in Deutschland ein wenig ruhig geworden und das schmeckt uns natürlich gar nicht. Eigentlich treffen sich die ganzen Studentenverbindungen nämlich sonst in Coburg, was alleine an der schönen Burg dort liegt. Vielleicht hat es aber auch mit dem Coburger Stadtwarten zu tun. In Hannover treffen die sich dieses Jahr nur, weil die Stadt verkehrsgünstig liegt, wie uns der Veranstalter netterweise wissen lässt. Aber was ist jetzt überhaupt dieser Coburger Konvent? Der Coburger Konvent ist die Dachorganisation von 96 Burschenschaften an 45 Hochschulen in Deutschland und Österreich. In all diesen 96 Landsmannschaften und Turnerschaften, wie die sich selbst nennen, sind nur Männer erlaubt, Das öffentliche Tragen der jeweiligen Farbe ist verpflichtend und das Abhalten der sogenannten Mensuren ist für alle Neulinge obligatorisch. Dieser Männerbund folgt bei seinen Treffen dabei strengen Ritualen. Neben Saufen, Seminaren, Sport und Saufen gibt es in Coburg dann jedes Jahr einen Fackelmarsch, denn das ist ja schließlich gute deutsche Tradition. Und natürlich singen die Burschens auch gerne alte deutsche Lieder, die bei den meisten Menschen heute mindestens ein Stirnrunzeln hervorrufen würden. Dass an der Geschichte des Coburger Konvents irgendwas faul ist, kann man vielleicht daran erkennen, dass der Reiter Geschichte auf deren Website seit Jahren bearbeitet wird. Zu lesen ist allerdings überall, dass sich der Coburger Konvent auf eine 150-jährige Geschichte beruft. Hm, aber warum wurde der Coburger Konvent denn erst 1951 gegründet? Vielleicht hängt das ja damit zusammen, dass die Vorläufeorganisation des Coburger Konvents, der Landsmannschafterkonvent, sich so wunderbar wohl im Nationalsozialismus gefühlt hat und sich direkt freiwillig gleichgeschaltet hat. Das ging ja auch ganz gut, denn im Landsmannschafterkonvent waren Juden schon seit 1894 offiziell nicht erwünscht. Die Alliierten haben wegen der offensichtlichen Nähe zum Nationalsozialismus nach Kriegsende alle Studentenverbindungen verboten und der Coburger Konvent konnte sich darum erst 1951 neu gründen. Aber jetzt erstmal genug von mir. Denn da nicht nur wir genau hingucken, wenn sich Burschenschaften zum großen Zech-Treffen verabreden, haben wir uns heute einen Gast eingeladen, die mit euch jetzt drei Mythen über Burschenschaften durchgehen wird. Sophie vom Bündnis No Burschis Hannover. Die Saufnasen des Coburger Konvents und anderer Burschenschaften bilden sich, wie Max ja schon gesagt hat, ziemlich viel auf ihre Tradition ein. Sie sehen sich gar als Speerspitze der Demokratie. Schließlich haben die Urburschen ja damals gegen den Feudalismus und für die Demokratie gekämpft. Was für Helden. Doch stimmt das überhaupt? Oder haben sich die Bundesbrüder in ihrem vom Alkohol vernebelten Kopf die Dinge über die Jahrhunderte etwas beschönigt weitererzählt? Um diese schwierige Frage zu beantworten, blicken wir mal ein paar Jahre zurück. Genauer zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Deutschland war noch nicht die omnipotente Weltmacht, die sich unsere sehbetragenden Kameraden gerne gewünscht hätten. Vielmehr bestand es aus vielen, teilweise untereinander zerstrittenen Fürstenhäusern. Das musste sich ändern. Der Nationalismus, also die Forderung einer gemeinsamen deutschen Nation, oder in diesem Fall eines deutschen Kaiserreichs, wurde im studentischen Milieu immer beliebter. Während des berühmten Wartburg-Festes im Jahr 1817, in dem die anwesenden Burschenschaften sich auf ihre vermeintlich demokratischen Werte, also ein deutsches Kaiserreich mit einem Alleinherrscher, sehr demokratisch, bezogen, kam es neben Bücherverbrennungen zu rassistischen und antisemitischen Tiraden. Wenig überraschend also, dass bereits kurz darauf die ersten Burschenschaften Juden ausschlossen oder sich vermehrt an antisemitischen Pogromen beteiligten. So viel also zum Demokratieverständnis der Vorfahren. Fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Richtig ist, Burschenschaftler setzen sich tatsächlich für ein Ende des Feudalismus ein. Jedoch, wen wundert's, nicht für eine demokratische Gesellschaft, in der alle ohne Angst verschieden sein können, sondern für ein Kaiserreich. Mit diesem vermeintlichen Demokratisierungsschub ging eine massive Ausweitung nationalistischer und antisemitischer Positionen in den Reihen unserer Vorzeigedemokraten einher. Das Gerede der Burschenschaften ist also nicht mehr als eine halbgare Mogelpackung. Von KritikerInnen auf ihren Nationalismus angesprochen, wird immer wieder gerne betont, man sei doch vor allem Patriot, liebe seine Heimat und habe in diesem Verein eine feste Gemeinschaft mit den gleichen Werten gefunden. Mit Begriffen wie Freiheit oder Gemeinsamkeit wird auf ihren Webseiten und in Interviews großspurig um sich geworfen. Der Leitspruch des Coburger Konvents ist, und die ganzen Redner werden auch nicht müde, das zu betonen, Ehre, Freiheit, Freundschaft, Vaterland. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was genau eigentlich mit Vaterland gemeint ist. Ähnlich wie bei fast allen anderen neurechten AkteurInnen gibt es auch bei den Burschenschaften seit den letzten 20 Jahren so eine Art rhetorische Verschiebung. Es geht ihnen jetzt meistens nicht mehr darum, Deutschland endlich zu vereinigen und damit meinen sie eigentlich auch immer den Anschluss von Österreich. Sie sprechen heutzutage eher davon, die europäischen Werte zu verteidigen. Was so harmlos daherkommt, erinnert stark an den Sprachgebrauch der AfD und der rechtsradikalen identitären Bewegung. Als Hintergrund für diese Europa-Tümelei steht wie immer die Vorstellung vom messerschwingenden Islam, der die europäische Werteordnung bedrohen würde. Und diese sprachlichen Überschneidungen sind hier nicht gerade zufällig. Auch personell wurden viele Mitglieder der AfD und der identitären Bewegung in studentischen Verbindungen sozialisiert. So zum Beispiel Sebastian Mark, Andreas Garlau und Hansjörg Müller. Auch der neuerichte Posterboy Martin Sellner war in einer schlagenden Burschenschaft. Hier findet ganz offensichtlich zusammen, was zusammen gehört. Besonders populär wurde außerdem ein Fall aus dem Jahr 2011. Vor dem Burschentag der Deutschen Burschenschaft wurde ein Antrag geleakt, in welchem der Ausschluss einer Studentenverbindung aus dem Verband beantragt wurde. Der Antrag wurde gestützt von einem internen Rechtsgutachten. Der Grund für den beantragten Ausschluss war, dass eine Verbindung einen jungen Mann aufgenommen hatte, dessen Eltern aus China standen. Welch ein toleranter Haufen. Wirft man jedoch einen kurzen Blick auf die Website des Coworker-Convents, so fällt einem schnell das erste Bild der Startseite ins Auge. Junge Männer in Couleur sitzen gemeinsam an langen Tischen und lächeln beim Biertrink in die Kamera. Hingegen aller Klischees und Vorurteile, die halt so überwurschtig existieren, sehen wir hier auch zwei, drei Mitglieder mit scheinbarem Migrationshintergrund. Passend hierzu kann man auf der Seite lesen, wir sind keine konforme Truppe, sondern ein bunter Haufen von Studenten, die uns erleben wollen. So weltoffen und multikulturell, wie sich der Coworker-Konvent hier präsentieren möchte, geht es in der Realität allerdings nicht zu. Im Gegenteil, viele Verbindungen fordern bei der Neuaufnahme einen ARIA-Nachweis. Ich muss Deutscher sein? Du musst unsere Kultur erleben. Hierbei muss die familiäre Herkunft offengelegt werden, um zu beweisen, dass man ein sogenannter Bio-Deutscher ist. Österreicher kannst du auch sein. Anwärter mit Migrationshintergrund werden in den meisten Verbindungen mit halbherzigen Begründungen abgewiesen. Im Alltag der Bullschies ist Nationalstolz und Vaterlandstreue jederzeit, zum Beispiel durch geschmackvolles Innendekor, präsent. Banner mit Sprüchen wie deutsche Ostgebiete erweitern und Gemälde von alten Kriegsführern schmücken die Räumlichkeiten. Erfahrungsberichte zum persönlichen Umgang bestätigen, dass niemand hier sonderlich bemüht ist, diese Ideologien zu verheimlichen. Rassistische Witze und offene Bekundungen von Antisemitismus, antimuslimischem Rassismus und generell Abwertungen von allen, die eben nicht deutsch, weiß und männlich sind, sind hier keine Flüstereien, welche am Ende einer durchzechten Nacht ausgetauscht werden. Nein, sie werden lautstark und offensichtlich zu jeder Zeit geäußert. Wie ist das aber eigentlich mit Frauen und Burschenschaften? Die heißen ja schließlich nicht umsonst so. Hierzu ein Zitat von der Website des Konvents. Warum wir bei aller Freundschaft keine Frauen aufnehmen, weil Jungs auch mal unter sich sein wollen und dürfen. Es ist auch im Zeitalter der Gleichberechtigung und Emanzipation kein Verbrechen, wenn man eine Männergemeinschaft bilden will. Das ist für uns so ein bisschen Tradition und ein bisschen Bewertes. Dass Jungs hier mal unter sich sein dürfen, ist eine noch sehr schmeichelhaft formulierte Untertreibung für die zugespitzt patriarchalen Strukturen, die in einem Großteil deutscher Verbindungen gang und gäbe sind. Frauen können keine Mitglieder werden, haben kein Mitspracherecht, dürfen bei den sogenannten Kneipen kein Alkohol trinken oder müssen sich mit Maximalsekt beglügen. Die Rolle der Frau ist die einer Schutzbedürftigen, dem Mann bedingungslos Unterworfenen, die sich später mit Leidenschaft um Haushalt und Familie kümmern wird. Natürlich alles für den Erhalt des geheiligten Vaterlandes. Dabei haben sich Frauen doch Anfang der 70er Jahre das Recht auf Mitgliedschaften in Verbindung erkämpft. Zudem gibt es gerade seit den 2000ern immer mehr Damenverbindungen, in denen nur Frauen sind und alles selbst bestimmen. In der Realität haben Frauenverbindungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich einen verschwindend geringen Anteil und viele lösen sich nach einigen Jahren aufgrund von Unstimmigkeiten wieder auf. Die Mitglieder kommen meist aus dem gleichen Milieu wie Burschenschaftler, vertreten also dementsprechend konservative Werte und reproduzieren im Endeffekt auch nur die elitaristischen und nationalistischen Strukturen. Hinzu kommt, dass junge Frauen, die ihr Studium beginnen, oft in diese Verbindung eintreten, angelockt von dem Angebot des Zugehörigkeitsgefühls und schnellem Anschluss in einem neuen Lebensabschnitt. Auch die Entstehungsgründe sind alles andere als progressiv. Rein weibliche Verbindungen entstehen oft nur, weil Frauen in klassischen Verbindungen nicht reingelassen werden und damit den geschlechterstereotypischen Gegenpol bilden. Wer jetzt denkt, dass Frauenverbindungen den gleichen Spaß haben dürfen wie ihr männliches Äquivalent, liegt allerdings daneben. Mensur? Ist nicht. Vor allem, weil es in der Szene an Fechtlehrern fehlt, die den Damen den Sport vermitteln wollen. Stattdessen wird sich karitativ engagiert, also mit Kindern oder älteren Menschen gearbeitet. Auch bei Saufgelagen wird sich deutlich eingeschränkt. In dem Milieu selbst herrscht generell eine große Ungleichheit zwischen männlichen und weiblichen Verbindungen. Bei gemeinsamen Veranstaltungen wird es ungern gesehen, wenn Frauen und Klör kommen. Sie bekommen abwertende, auf äußerliche Merkmale reduzierende Spitznamen wie Saufpanzer und müssen im Allgemeinen viel stärker auf ihre Außenwirkung achten. Wenn es also auf den ersten Blick so scheint, als würden sich die traditionellen androzentrischen Strukturen in Verbindung langsam für alle öffnen, so ist dies definitiv mehr Scheinheit sein. Nach außen hin soll ein tolerantes, weltoffenes Bild vermittelt werden. Viel braucht es jedoch nicht, um dahinter zu kommen, dass dies keinesfalls einem großflächigen Wertewandel zuzuschreiben ist, sondern nur billige Versuche, das eigene schlechte Image etwas aufzupolieren. Gibt es da noch, wo ich denken würde, ihr werdet intolerant? Es wäre schwul. Auch kein Ausschlusskriterium. Also tatsächlich nicht. Ich glaube, jemand hat es nicht einfach hier. Ich glaube, jemand, der hierher kommt und entweder, wenn da direkt einer sagt, ich bin schwul und das so vor sich herträgt, glaube ich, würden wir ihn nicht einziehen lassen. Große Mühe wird sich dabei offensichtlich nicht gegeben und man kann schnell erkennen, dass sich die meisten Verbindungen nach wie vor an ihren elitären und diskriminierenden Grundprinzipien festklammern. Danke Sophie. Wenn ihr euch jetzt noch fragt, was genau einen alten Herren von einem Fuchs unterscheidet oder was nochmal diese Mensur war, dafür haben wir euch unter dem Video ein paar weiterführende Quellen verlinkt. Und wenn euch das nächste Mal ein Zimmer für 150 Euro in einer 10er WG angeboten wird, die gerne viel Party macht, dann schaut am besten mal nach, ob da nicht vielleicht eine Burschenschaft hinter steckt. Danke und bis zum nächsten Mal.